So, da bin ich wieder. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. So, jetzt machen wir das aber. Zack, zack. Und jetzt laufen wir hier lang. Eppah. So, das sieht so viel besser aus. So, dich machen wir mal von hier oben weg. Gucken wir mal näher. So, dann warten wir, bis das Ding da unten weg ist. Dann lassen wir das kurz fallen. Nehmen es wieder auf, dann sind wir hier unten. Sehr schön. Hier warte ich nochmal kurz. Links ist rechts, oben ist unten. Hüpp. Okay, sehr schön. Alles klar. So, jetzt hier stehen bleiben. Das ist ja praktisch, die Dinger fliegen nach unten. Na, los, komm. Noch mal ran auf einen Zentimeter hier. Sehr schön. Kurz Anlauf und zack. Dann machen wir mit dir hier genau dasselbe. Würde ich mal sagen. Ich finde ja sehr schön die Schadenzahlen. Die sind mir vorher nicht aufgefallen. Hüppah. So. Okay. Huch, nein, nein, nein. Und speichern. So, dich nehmen wir mal wieder auf. So, dann haben wir da eine Spinne. Kann ich eigentlich... Nein, kann ich nicht. So, die Spinne machen wir mal erst weg. Huch. Falsche Richtung. Ah. Ja, okay, warte. Das machen wir mal... So. Die Spinne machen wir nämlich mal erst mal weg. Huch, was ist das denn? Wo kommt die Kugel hier her? Ach, die zieht sich zu mir hin. Ist ja noch praktischer. So, ein Treffer noch. Na komm. So, weg bisse. Kugel. Sehr schön. Hüt, 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 hüt. Nein. Nein. Komme ich da so nicht rüber? Ah, die Kugel brauche ich so auch gar nicht. Oh Gott. Ja, okay. Da habe ich gerade ein bisschen gefailt. Macht aber nichts. Na komm, schieß. Und bam. Und bam. So. Bei den Dingern brauche ich die Kugel gar nicht. Was denn? Höh. Ja, okay. Ja. Ja, ich mache es einfach nochmal. Okay, okay, okay. Absolut kein Ding. Ich mache es ja gerne und so, ne? Und einen noch. Pum. So, jetzt warte ich, bis du hoch gehst. Mein Freund. Wieso kann ich da nicht rauf? Ach, ich brauche die Kugel doch. Weil mich das Zeug sonst verbrennt. Okay. Oh Mann, ey. Ja, wie komme ich denn dann da rüber? So, ist mir jetzt egal, dass das Verschwendung war. Ich mache das jetzt. Anlauf. Wenn es noch niedriger ist, dann geht's. So. Da komme ich doch. Da muss ich doch irgendwie dran kommen. Ah ja, ich sehe schon, ich sehe schon, ich sehe schon, ich da dran komme. So, auf jeden Fall schon mal nicht. So. So. Konzentration hier. So. so herrungschaft freigeschaltet lebensretter nein ja das war doof das habe ich selbst gesehen vielen dank so oh ne oh ne sag mir nicht dass ich oh gott so halt stopp ah haha war schon falsch komm mal herr schnuckel ich kann nicht daran rumlaufen also links ist rechts oben ist unten ach du prallst ja ab ok komm ich denn da nicht ganz rüber ich will das jetzt nicht verkacken ja ich schaff's so hüppeln dann da rüber und hüppeln und da rüber einmal warte ich noch hüppeln und da rüber jawoll ja haben wir es doch geschafft so und ich geh jetzt den weg hier zack schaffe ich das überhaupt ja ja geschafft haaah schön so jetzt muss ich hier hoch aber da oben ist noch so ein ding wie komm ich denn da dran so schon mal nein 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 ok kein problem ihr wisst ja wie das ist ich kommentiere einfach weiter und wenn es zu lange dauert dann zeige ich immer nur den letzten Versuch komm ich da dran komm ich da dran nein da muss ich irgendwie anders dran ok zack 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 so hier runter so verdammt jetzt habe ich wieder nur einen treffer Ah, komm schon Das ist echt nicht einfach So Runter Ding holen So Habe ich mich gerade mal ein Stück weit konzentriert Das war gerade wichtig, dass ich nicht getroffen werde Jetzt müssen wir auf das Ding da hinten warten, dass das wieder kommt Und dann geht es auf jeden Fall weiter So, dann da hoch So, da warte ich mal, dass es wieder nach rechts fährt Ich frage mich echt, wie ich da hinkommen soll So, jetzt sind wir schon mal hier Ah Ähm Das Ding entzieht mich auf jeden Fall an Ähm Können wir hier rumlaufen? Hä? Hä? Huch, nein Komm her, Kugel Kann ich da dran springen? Nö Hä? Warte, warte Huch, nein Huch, nein Äh Ich springe mal da dran Warte Warte Ah, okay Jetzt check ich's So So Komm So, jetzt muss ich hoch Nein, zu weit, zu weit Oh Gott Äh, Dilemma Dann machen wir so Nein Oh, ich war so weit Ja, okay Jetzt hab ich auch gecheckt, wie's geht Ja, das ist Ziemlich clever Na los, nimm So Jetzt machen wir das In einem Rutsch Hupa Und Hupa Und wieder zurück Hoppa So Dann geht's so hoch Wir sind ja relativ zügig wieder da oben Das macht ja nichts Und wie gesagt Ich spule ja auch vor Kommst du auch mal wieder? Okay, da bist du Boah, ich weiß auch nicht Irgendwie Ich hab das Gefühl So in anderen Projekten Rede ich immer sehr viel mehr Hier in Ori bin ich immer voll still Weil ich mich die ganze Zeit konzentriere Hups, da bin ich ans Mikro gekommen Das war nicht meine Absicht Ähm So Dann geht's da hoch So Dann springen wir hier Landen da drauf Springen wir hier Landen da drauf Springen Landen da drauf Springen Landen da drauf Dann geht's noch dort Dann geht's noch hier Was ist denn das? Drücke X Ach Das ist ein Portal Oh Gott So Ach, wir haben ja sowieso nur einen Fertigkeitenpunkt So Aber jetzt haben wir auf jeden Fall gespeichert Und wir haben fünf Punkte Ja, wir können wieder speichern Wir können wieder übertreiben Ach, ich fliege da sowieso runter So Mach ich euch mal weg So Dich mal wieder aufgesammelt Du Licht Hm Das brauche ich hier gar nicht Wo komm ich da dran So komm ich da bestimmt Oh Gott Ich komm die ganze Zeit ins Mikro Sorry 14, 12 Ich merk's mir mal So Dich mach ich mal von hier weg Weil du mich hier hin Nämlich nicht triffst Du Noob So Sehr schön Sammeln wir dich mal wieder auf So Du bist in die Stacheln gelaufen War wahrscheinlich ein Versehen Okay Ja Ich seh schon Nein Ja Okay Das war falsch Macht aber nicht So Ich werde auf jeden Fall Da oben wieder speichern Einfach weil es geht Wir haben jetzt auf jeden Fall Zwei von diesen Schlüsseldingern Und zwei Kartenfragmente Das heißt Wenn wir eine Karte Haben wir hier irgendwo eine Karte? Da rechts Das ist doch eine Karte, oder? Betritt die Elendsruinen Ach Da bin ich ja Da bin ich ja reingegangen Und jetzt bin ich Hier schon Und ich muss nach Da ganz oben Oder so Das wär's ja Wenn ich da echt hin müsste So ganz hoch So weißt du So hoch wie der erste Turn Ach der trifft mich Und der macht direkt Fünf Lebenspunkte Auch gut Nehmen wir so hin Dann mach ich's doch Auf die langsame Art Hallo Guck mal her Hier Woher zu ihm hin? Nein So Ich mein ich hab ja fünf Da kann ich mir hier ruhig mal einen hinsetzen Nach vier Brauch ich sogar Ich mach den erstmal weg Nein ich mach ihn doch nicht erstmal weg Oh Gott Ja Sehr schön So So Nein Ich hab mich genau falsch gesprungen Das war ja klar So Jetzt warte ich nochmal einen ab Du triffst mich? Was? Boah dieser Ausschlag gerade Ja los Stirb endlich What the fuck So Man mein Ohr juckt die ganze Zeit Nein Oh Gott Was mach ich denn? Wieso bin ich plötzlich wieder so schlecht? So 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 Aber ich stehe mir jedes mal aus, mir auch egal Speichern Äh Oh, ja ich check schon Okay Hier bin ich sicher Oh, ja